und damit herzlich willkommen zu so morgen will er den verletzt für den pc ich habe das Gefühl dass ich bald am Ende meiner Suche angelangt bin ich kann es völlig nachdem beim letzten paar nur fünf Level geschafft haben hoffe ich dass es diesmal besser läuft als Ziel habe ich Level 100 zu erreichen und ja einfach mal abgehen ja cool weil Level 100 ist episch ähm meine Feuerwerksraketendinger sind weg gut die wären hier sehr praktisch gewesen wenn ich sagen darf hm weil so muss ich mich halt selbst opfern auch noch komm aus gut und boxen oder auch nicht boxen du äh Freunde ich glaube das starten wir eben neu und ich werde den Part nicht spenden bis ich Level 100 erreicht habe ne das sage ich euch jetzt warte mal wenn ich zuerst nach unten mach und das hier einsammeln dann geht der nach oben ja fuck so nicht ne überspringen wir den Levelaufbau geil 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 ich muss hier einfach ein paar mehr Dinger erwischen Spiel ähm ernsthaft das ist so ein Scheiß gerade nein geil geil ich kann den hier aktivieren dann komme ich sogar Yolo da dran noch also Leute jetzt wisst ihr wie es geht der Ultra hat es gut vorgemacht und jetzt heißt es shoot und shoot und shoot und weiter eigentlich ist es total dumm was ich gerade mache weil ich die hier eigentlich zuerst weg machen sollte genau genau so ähm ja komm geh hol's noch raus hallo hörst du auf mich zu schlagen was hab ich dir denn getan hallo Mongole ich hab dir nichts getan spaß nice drei auf einmal und einer dürfte noch rumrennen damit befreie ich den hier und der hier soll dann den befreien und der dann den machen wir mal so mal gucken wie das läuft lol ah kack Suizid ey das ist auch wieder ein richtig dummes Level wie ich finde nein na geil ernsthaft das ist ein richtiges Suizid Level oh so ich sammle mal hier das ein ist da oben noch ein Gegner bis auf der äh ne doch hier da rennt da rennt noch einer gut dann lasse ich den einfach mal hier reinrennen double und jetzt spiele ich mal ein bisschen mit den Granaten weil man halt einfach tausendmal sicherer ist als am direkter Feuer wieder das ist ein Spiel mit dem Feuer hier immer beim und beide tot und da gammelt noch einer drinnen den holen wir auch eben raus tot und der letzte kriegt noch einen richtig nice einen Raketenwerfer ins Gesicht und damit ist Level was auch immer geschafft 92 91 91 91 erst okay 92 oh ich will bis Level 100 kommen 5 Minuten sind schon rum kriegen wir mal ein nice Level jetzt mit weniger Gegner und mehr Spaß ja reinboxen hallo kein Bock auf Boxen heute ne hätte ich mir ein paar Granaten erspart äh so der muss hier reinboxen damit da hinten die schöne Sicherheit bleiben ja toll dann trifft mich halt das ist mir sowas von egal gerade ich hätte ihn auch da unten reinboxen lassen können in den da in den Edelstein egal es ist spät also für mich ist es spät ich bin keine Ahnung wie lange schon wach jetzt das kann ich ja jetzt zum Glück immer als Ausrede nehmen äh worum geht's denn jetzt weiter ich übersehe irgendwas waren wir da ja da waren wir schon Leute ich übersehe was äh ah hier 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 nice nice also das war schon nice weil es hat gerade so komisch beglungen als ob es nicht nice war aber ich fand da wieder nice weil der Gegner dadurch gestorben ist ja du Spiel ich finde es eigentlich voll okay also was da gerade geschehen ist ich habe jetzt nicht das Verlangen neu zu starten ja überhaupt nicht irgendwie was haben wir hier hier ist wer blockiert geil reden wir hier rüber da muss ich einmal Suizid machen das geht nicht anders ja und dann kommt wieder sowas und das Spiel denkt sich ey Ultra du bist mir gerade zu gut leck mich am Arsch ich ruiniere dir alles und weißt du was Spiel deswegen hasse ich dich und deswegen weil die Gegner zu dumm sind reinzuboxen in die Granaten wenn ich die direkt vor deren Fresse lege komm geil und dann holen wir die da drüben irgendwie langweiligt mich auch dieses Level schon woran liegt das vielleicht weil wir wieder genau dasselbe machen wie in allen verdammten anderen Leveln geil immerhin nur wieder eine Granate verbraucht an den an den Freaks sehr geil so jetzt kommt wieder die Scheiße ich würde sagen ich gehe zurück ja das ist auch der Trick das ist meistens der Trick bei fallenden Steinen einfach zurückgehen äh äh Spiel was willst du mir sagen soll ich hier aufsprengen geht das ja das geht ok ist aber auch total beschissen muss die Granaten opfern ey ich hab so wenig oder gibt's hier nochmal welche ne eine gibt's noch wenn ich jetzt wüsste wie ich da dran komme ja jetzt hab ich ein nice Problem oder auch nicht denn das ist geschafft jaja jaja und noch viel bringt das noch hin zu den letzten zwei Münzen geil gut 92 wir geschafft 93 geht ab wir haben es schon weit gebracht ja ich kann mich eigentlich nicht beschweren gut ist das so ein Level wo man einfach nur drücken muss und sie sterben alle ja gut und fast alle aber man hat genug um alle zu töten guck mal da hab ich sogar jetzt voll Spaß lauf kleiner lauf haha dann kommst du mir nicht so so weh man weh man weh man weh man johle 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 das macht mich nicht richtig fun das war ein schönes Lässel das hat richtig Spaß gemacht aber das musste auch mal sein zwischendurch das musste auch mal sein so was leichtes so weiter geht's 94 94 kommt weiterer geiler leichter Shit das sieht grad voll danach aus ey alter was hier alles fliegt ja und jetzt hat zu viel ausgelöst ich weiß nicht wieso aber es hat ein bisschen was viel ausgelöst äh ich schieße mal da rüber hat nur einen getroffen schade dann schieße ich mal hier rüber ja das ist jetzt doof sind wir alle frei gammeln hier rum und ich hab nur so wenig Schuss übrig ja ich glaub das wird auch nichts ich glaub das ist anders geplant gut da hab ich jetzt drei getroffen let's have fun with these bitte hoffentlich geil gammelt mache ich das gerade? Das ist gute Arbeit. Richtig gute Arbeit. Ah, das wird nichts. Ah, verdammt. Ne, 6 gehe ich mit 3 ganz sicher nicht tot. Besonders, weil die meisten an anderen Stellen gammeln. Döp-böp-böp-böp-böp-böp. Könnt ihr hier vielleicht noch ein Double? Ne, nicht mal hier. Ne. Ende aus! Neustart! Tach! Ey, das läuft gerade gar nicht. Nein! Die Kackmünze, die hat alles ruiniert. ト links nicht so. Sollt! Noch 10 mit 7. Sonst ist aber alles okay mit euch. Gebt mir mal ein paar mehr Granaten, bitte. Dann wäre das sogar manchmal möglich. So das eine oder andere Mal. Oh, 4 mit 2. Nee, das geht wieder nicht. Oh, wir haben Spaß in dem Level. Ich sehe es jetzt schon. Die Kacken, dass sie ruiniert. Immer alles. Ja, 32. Das wird ein Heidenspaß. Mit 8. Wut? 20 mit 10. Ich mach doch was falsch. Da hab ich auch überhaupt keine Lust mehr. Vielleicht merkt man meine Demotivation. Och, Mann. Jetzt komm schon, Spiel. Weil sonst spiele ich ab jetzt deine Parten nur noch. Ja, geil. Drei. Drei fucking... Und wieso? Was hab ich falsch gemacht? Und warum zerstören denn die nicht so viele? Die hier. Ja, geil. Ich hab 5. Hallo? Spiel? Wie soll ich 21 mit 5 töten? Besonders, weil es ja auch noch die Klügeren sind. Weil die Skelette sind klüger als die Sandtyp. Nee, wieder totale Demotivation, weil ich nicht seh, wie das geht. Nein, ich seh da, wie viele hier rumfliegen. Da reichen doch neun nicht aus. Zeig mir irgendjemanden, der dat mit neun hinkriegt, hm? Das habt ihr noch nicht mal getestet. Und das hat man auch gesehen, wenn Level 123 war unschafbar. Da habt ihr einen Patch rausbringen müssen. Also redet euch da jetzt ja nicht raus. Ja, leck mich am Arsch. Ich müsste ein Double-Kill landen. Aber die fliegen so bescheiden. Wenn ich den vielleicht rauslocke. Der kommt da nicht raus, ne? Nee, der kommt da nicht raus. Was soll ich denn jetzt machen? Ich krieg den da drinnen auch nicht tot. Mit der Granate. Äh, Spiel? Das geht nicht. Ich kann versuchen, das Spiel zu backen. Aber das wird mich viel bringen, weil das Spiel ist beschissen. Was soll der Müll? Ich überlege in letzter Zeit auch wirklich, ob ich einfach nur im finalen Versuch einblenden soll. Weil manchmal glaube ich, dass das wirklich das Blüchste wär. 21 mit 13, na, ist sehr möglich. Ah, wenn ich schon so wenig treffe. Gut, das war schon... Das war besser. Aber solche Lacktreffer müssen halt auch wirklich sein. Ja, jetzt siehste, 10 nur noch. Und nur noch 7. Äh, und jetzt... Nicht dumm anstellen. Hallo? Ey, ich hasse diesen Bug! Dann lande ich wieder in den Double-Kill. Und dann... Lauf, Schlampe! Lauf! Double-Kill, lol. Und der Bug da oben drin wieder. Du verpiss dich direkt. Ich krieg den da nicht raus. Ich krieg den da oben nicht raus. Was soll ich tun? Das Spiel ist so verpackt, ey. Ich kann den nicht mal so töten. Es geht nicht. Leute, was soll ich tun? Zwei einsammeln. Einen stehen lassen. Geil. Zwölf mit 25. Ja, ja. Und so wie ich mich kenne, wie ich mein Glück kenne, ist da oben wieder einer drinnen. Wenn da oben einer drinnen ist, dann weiß ich, dass ich direkt neu starten kann. Ja. Aber wenn ich das Spiel so mache, dann kann ich sowieso direkt neu starten, weil ich bekomme einfach nichts. Ja. Seht ihr? Ja. Ja, geil. Hallo, ich würde auch gerne ein paar Waffen bekommen. Tut mir leid, Spiel, dass ich nicht so ein Bro bin und 30 Gegner mit einer Granate töten kann. Das macht so Spaß. Das ist wunderbar. Ich hoffe, man glaubt mir jetzt, das hat Sonst bekomme ich kein Gehalt. Geil. Alle weg. Und erneut alle weg. Super gelaufen! Und wenn ich jetzt hier lang schießt, dann wachsicht der eh wieder an der Hälfte vorbei, die Explosion. Na gut, ich meine zwei. Aber da bringt halt null. 15 mit 8 Dingern. Als ob. Ja, Ende. Bleib halt nicht stehen, ne? Ach, Leute. Es ist ein Scheiß. Geil. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann auch versuchen, hier oben stehen zu bleiben und niemanden reinzulassen. Irgendwann werde ich halt draufgehen oder weggehen müssen. Weil die alle hier... Nein. Verkackt. Es ist ein Scheiß. Es ist ein Scheiß. Es ist unglaublich Scheiße. Ich hab noch nie einen solchen Scheiß gesehen. Geil, geil, geil. Das ist beschissend von 300 Seiten. So, ich warte mich jetzt offscreen an das Level. Wir sehen uns gleich, wenn ich es geschafft habe. Weil es ist einfach nur lackabhängig. Warum klappt es direkt beim nächsten Anlauf, wenn ich offscreen zocke? Der Trick ist am Anfang direkt ganz runter zu gehen. Alle Dinge einsammeln und einfach die Schaufeln in Ruhe lassen. Das ist der Trick. Und die erst am Ende losschicken. So, 95 das letzte für den Part. Weil, ja, Scheiß-Level halt, ne? Ich hoffe, danach vom Part-Tutorial-Level wieder. Darauf hätte ich wirklich mehr Lust. die machen Fun. Die sind so schön leicht. Das ist irgendwie traurig, dass nur noch die Tutorial-Level Spaß machen. Also Tutorial-Level in dem Sinne mehr neue Waffen freischalten und die kennenlernen. Weil, muss man ja. Können einem nicht direkt eine neue Waffe ins Gesicht klatschen. Und sagen, so, damit spielst du. Wobei, zutrauen könnte man denen wirklich alles jetzt. So, damit hätte ich 5 Granates und noch 5 Gegner, die leben. Äh, sorry, ich meinte 4. So, 3, 2, 1, Warum war das Level jetzt wieder so leicht? Ich weiß es nicht. Gut, das war's für den Part. 5 Level haben wir geschafft. Jetzt nur noch nicht übermütig werden. Auch Besonnein gehört zu den Tugenden eines wahren Abenteurers. Die nächsten 5 Level bis Level 100 erwarten euch im nächsten Part. Bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.